Musik 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 Ja, das ist ein Zeug, das ich mir auf Wänden bestellen kann. Das ist ein bisschen böse, das ist ein Zeug. Aber das ist ein Zeug. Das ist ein Zeug. Ich muss mich böse sehen. Okay, ich baue ja noch was. Ja, zwei Stücke passt. Jetzt können wir nichts mehr machen. Hier haben wir keine Fähigkeiten mehr übrig. Hier haben wir noch Fähigkeiten. Ja, das hört sich doch gut an. Haben wir hier noch was an? Hier noch. Und hier noch. Gut, ich werde das so noch sagen. Das ist jetzt mal ein Zeug besser. Okay. Das ist jetzt mal ein Zeug. 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 Was ist das? Dann kann man erstmal die Kleineren machen. 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 Ja, ja, lasst mich weg, lasst mich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich habe sie mit mir geholfen, aber ich habe sie mit mir geholfen. Whatever die Zukunft hält. At least, wir treffen es zusammen. Tenacity hat sich entschieden, um die Resistance zu suchen. Er ist schausten. Jemand und jeder, die sich beteiligt werden, in all die horrible Dinge. Das wird wahrscheinlich führen, zu viel cleansing. Judy hates die Idee, aber sie kann nicht die Menschen halten, und zu stoppen Marco. Es ist sogar schwer. Aurora wird sich um eine neue Regierung. Ich hoffe, natürlich, dass es mehr einfach sein wird. Aber ich bin nicht träumen. Da werden immer die Tyraten, bereit zu über die Guilden, bereit zu dominieren, die Menschen für ihre eigenen Enden. Und ehrlich gesagt, Marco fits die Profile perfectly. Als usual, Judy will keep debating und versuchen zu defendern, und sie hat mich sogar zu helfen. Aber ich bin nicht mehr willkommen da. Ich denke, ich bin zu einem anderen Stadt, wo ich kann sehen, wie sich das alles aussehen. Die battle ist sicherlich nicht vorbei. Abundanz wird nicht geben, diese Herausforderung, obwohl Marco ist politisch. Ich denke, wenn er ihnen die Greenhoebe wäre, wäre genug für sie. Auch wenn wir immer noch einen Krieg, er wird bald sein. Wenn sie ihn verletzen, dann werde ich einfach nur den Leading-Opponenten der neue Regierung. Anyway, für den Moment, Leben weitergeht, und Aurora kann jetzt dreamt eine bessere Zukunft. Eine, die Innocenten, die sich für diesen Traum nie wissen, zuvor. Und so, ich schreibe die letzten Worte von Innocent Smith, der Warlog von Innocent Smith und schreibe es eine gute Ende. Ich schreibe, Typ. Tja, das war's wohl. Tja, ich muss ehrlich das sagen, es war eine interessante Geschichte, aber von Leibniz-Zeit und so war es ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Und sehr abwechslend zu haben, aber vielleicht ist man auch einfach so vergnügt mit der nächsten reißen Spiel, aber es wird sich durchaus sehr angenehm, ja, ich hoffe, dass es euch auch Spaß gemacht hat, vielleicht sehen wir uns hier beim nächsten letzten Play, ich weiß noch nicht, ob ich noch irgendwas mache, aber nicht, vielleicht auch mit dem haben wir zusammen wieder was, wir werden sehen, was in der Zukunft kommt. Schreibt in den Kommentaren, wie ihr das Spiel fandet, ob alles in Ordnung war, dann werde ich mich freuen, euch wieder zuhören und sehen, naja, ich zuhören und der im Hintergrund ist mein Bruder, also nicht drauf achten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, tschau. Schreibt in den Kommentaren, wie ihr das Spiel fandet, wenn ihr dürftet und nicht drauf achten, gerne مت